Das wird ja immer schwerer, leck mich am Arsch. Also das ist ja schon mal klar, die zu verbinden, hier kommt noch so eine Tür vor, das wird wieder was, ich glaube das ist doch alles nicht so klar, hier links habe ich ja auch nochmal ein, alter was geht denn ab, den kann ich ja nur mit dem verbinden, da bleibt ja nichts anderes übrig, so, ich denke ich muss aber irgendwie hier außen rum, irgendwie hier außen rum und hier dann wieder, weil ich ja dann von den, den kann ich ja quasi wieder hier rein. Wie Kabel trocken, ach ne da muss ich raus, das ist ja mein Ausgang, ja ok, dann muss ich halt so, irgendwie, so genau. Erstmal müsste ich dann komplett hier durch, jetzt habe ich hier aber unten und oben noch was. Moment. Wenn ich hier jetzt durchgehe, dann kann ich hier her. hier, ok, das ist noch verschlossen, das hängt mit dem zusammen, der Schalter. Ok, der kann ich aber zu Beginn ja sowieso erstmal hier dran machen, also ist der jetzt offen, könnte ich trotzdem jetzt rüber. den könnte ich aktivieren, die Trommel fällt drunter. So, die Trommel kann ich da rausnehmen, zurücklaufen, das Ding kann ich wieder abklemmen. Oder sowas. Machen wir das erstmal. Trotzdem muss ich da nach unten. Ja, ich könnte die Trommel wieder vielleicht. Ne, 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 den Scheiß mache ich nicht nochmal. Es geht hier sowieso nicht. Durch, gerade wenn ich rüber springen kann, ist er fallen lassen in der Luft. Aber was wird dann passieren? Nur der untere Laser wird blockiert. Und da könnte ich die, ah, Moment, da könnte ich aber die zwei Laser, naja, klar. Der Schalter ist zwar mit den zwei Laser verbunden. Die Trommel blockiert den einen. Aber ich muss dann erstmal hier hoch, weil der zweite Laser ist ja trotzdem ein Problem. Deswegen hier zurücklaufen und hier hoch. Ach, der stimmt. Und der Eingang vielleicht da nach unten. Also. Boah, da haben die sich echt was ausgedacht. Ach, Scheiße. So. Jetzt nochmal zurück. So. Der mit den verbinden. So. Jetzt aber überlegen erstmal wo als nächstes hin. Ich könnte jetzt mit der Trommel nach links. Ich könnte aber auch wieder runter und hier komplett nach unten. Und der untere. Und der untere. Frage ist, wie komme ich da überhaupt hin? Also. So. 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 Aber die Kabeltrommel ist doch nur für da. Dann wird das Strom hier weitergeleitet. Dann geht das hier auf. So. 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 Das bringt mich alles komplett durcheinander. Ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr. So. 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 ich muss mich jetzt wieder hin. Zum Schluss muss ich ja dann da hoch. Das heißt. Ich muss hier aufs trampolin. Gehe hier durch und. Wird wahrscheinlich bis hier nach oben geschleudert dann. so also das ist auf jeden fall das letzte das weiß ich auch schon mit seit seit wir hierher gekommen sind also ich muss mit der kabeltrommel bis hierher kommen kann ja erstmal hier hin laufen kann die hier verbinden da habe ich gesagt geht die tür auf das muss ich provisorisch erst mal machen kabeltrommel muss ich dann später wiederholen aber erst mal muss ich das hier verbinden damit die tür aufgeht das muss ich so oder so machen geht die tür auf jetzt könnte ich quasi das verbinden die leiter habe ich mir sowieso schon verwendet ob es richtig war weiß ich gar nicht was denn eben passiert hat nur kurz geruckelt keine ahnung was das immer so ich könnte jetzt hier runter dann darunter hier komme ich ja hoch hier rüber aber ich muss ja erst mal den aktivieren also ich muss das hier erst mal irgendwie schaffen ach das ist aber um da hoch zu kommen müsste ich hier wahrscheinlich auch hoch geschleudert werden also das muss ich wahrscheinlich auch hier benutzen problem ist wenn ich hier gehe dann wechselt er hier und dann falle ich direkt in den laser der laser ist fest da kann ich nichts machen also ja hier darf ich nicht hoch geschleudert werden ah ich verstehe ich verstehe das ist saugut gemacht ich habe es verstanden und zwar ich muss mich erst mal hier hoch schleudern lassen damit ich hier oben hängen bleib dann erst mal hier hin und dann mich fallen lassen und dann falle ich direkt hier drauf das ist ja nice gemacht echt sehr gut gemacht so erst mal hier genau und hier fallen lassen den ausmachen so hier kann ich wieder raus und jetzt kann ich die kabeltrommel wieder entnehmen weil ich ja jetzt den hier quasi aktiviert habe also hier brauche ich den Strom für die Tür nicht mehr so da muss ich wieder ganz nach oben so den will ich wieder haben jetzt nochmal hier runter hier oben rechts aus genau so und jetzt das gleiche spiel mit den schleudern nochmal mit anderen traum so das müsste eigentlich lang tiefer kriege ich denn nicht mehr und den auch sowieso auch nicht mehr höher also stimmt das schon mal jawoll jippie saugeil das spiel gefällt mir das spiel gefällt mir das spiel gefällt mir hä was steht in der Cut 10 oder Cut meine Ahnung so ja holen wir uns jetzt den Schlüssel da noch undthought also da english Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Jetzt kann ich doch wieder zwei Durchgänge benutzen. Oder was heißt wieder? Ich glaube zum ersten Mal. Ne, hier komme ich gar nicht hoch. Ach ne, bin ich... Ich habe wirklich das Gefühl, man kann hier irgendwas freischalten oder irgendeinen Bonus oder sowas. Stimmt kann man das noch anders da lösen, dass wir die Box da irgendwie rauskriegen. Ich die quasi hier her hole und dann könnte ich oben raus. Na ja, gut. Keine Ahnung. Habe ich halt nicht geschafft. Ach ne, ich... Wie ich gesagt habe, später komme ich wahrscheinlich hier... Wenn ich wieder zurück komme, komme ich oben raus. Und wenn ich dann da wieder zurück gehe, dann komme ich quasi hier oben wieder lang. alsocitoken. Ah, ok. Also doch kein Bonus oder irgendwas. Ohohohohoho. Das wird ja immer krasser. das problem jetzt haben wir wieder so komische keine ahnung wie die über die nennt die bolzen oder ausfahren muss ich ja auch nacheinander erstmal irgendwie aktivieren und deaktivieren ich bin ja erst mal hier unten so kann ich erst mal hierhin da bleibt mir glaube ich sowieso erst mal keine andere möglichkeit genau da bin ich reingekommen und ich kann ja nur da so da könnte ich könnte aber auch da hoch und aber auch hierher was wollte ich hier überhaupt holen jetzt komplett weg ach da da steht es ja schlüssel schlüssel ein schlüssel gut das wird hier die letzte sein da ist ein schlüssel dieser schlüssel ist für eine der beiden türen hallo geht es noch komplizierter so wohin weil wenn ich dann erst mal da durchgelaufen bin dann war es das aber ich denke mal erst mal da nach oben moment es ist doch hier die batterie der strom geht hierher ich brauche jedoch erstmal eine spule also da sind ja auch noch mal zwei spuren ach legt mich doch am arsch so damit ich den strom hierhin kriegt und dann geht erst mal das auf also das ist das nächste wo ich dann überhaupt hin muss da gehe ich habe ich dann hier die spule erstmal holen das ist ja schwachsinn da kann ich ja gar nichts machen hier brauche ich einen schlüssel hier brauche ich auch ein schlüssel hier komme ich gar nicht rein ohne schlüssel also das ding ist fliegt erstmal komplett weg so ihr könnte ich zwar rein aber wozu da kriege ich auch keine wie nennt man das ding kabel rolle und die schüsse nur hier irgendwas verknüpfen da könnte ich im prinzip hier auch direkt nach rechts durch den umweg zu nehmen also ich war kein sinn drin also wenn ich hier durch gehe könnte ich die kabel rolle direkt mitnehmen zurücknehmen hier verbinden dann geht es da oben auf wenn die aufgehen kann ich die jetzt nur dann nach unten verschieben okay dann könnte ich achten den müsste ich da als nächstes machen gar nicht ob der angedockt hat man müsste noch weiter nach rechts hört sich aber so an nehm mal gelb zu rot rot zu gelb hier genauso ich könnte den teil aber dann hier wieder dran macht das ist doch alles scheiße das ist auch schwer das ist auch schwer legt mich am arsch wie gesagt den bolzen oder die stange könnte ich ja gleich wegkriegen ein augenblick ich bin gleich wieder da so machen wir das erstmal auf muss ja irgendwie anfangen sonst komme ich ja gar nicht zum ende der war aber da schon mal fest das nächste müsste ich den hier irgendwie aufkriegen ah habe ich ganz vergessen wenn die einmal offen sind dann bleiben die auch offen so könnte ich den quasi hier hinsetzen jetzt ach Moment nein ja doch und den da oben hier reinsetzen ich brauche ja immer noch die batterie als quelle und die spule ja okay aber dann brauche ich eine zweite spule muss ich aber irgendwo einen anderen weg finden scheiße ach da komme ich ja gar nicht hoch Moment mal ich bin hier der einzige weg wo ich überhaupt noch rauskomme ist hier wieder zurück hier komme ich doch gar nicht mehr hoch hab doch jetzt schon verloren ich kann doch gar nichts mehr machen oder sehe ich das falsch nein was ist das gibt es nicht wo ist der einzige weg denn ich gehen kann ich bin eingesperrt und doch da gar nicht mehr draus so also bin ich jetzt ach so das habe ich natürlich auch vergessen stimmt hier habe ich auch ganz vergessen das level wird ja nur soweit zurückgesetzt dass die ähm fortschritte innerhalb der blöcke zurückgehen aber die bolzen bleiben ja trotzdem noch zurück ach so das ist also gut es heißt ähm was habe ich gesagt brauche eine spule hier komme ich erstmal gar nicht rein da brauche ich den schlüssel um den schlüssel um die spule zu kriegen sag ich mal muss ich ja den schlüssel holen das heißt den schlüssel kriege ich nur mit denen weil nur der ist in der lage mal drüber zu gehen also ich muss den bolzen da erstmal aufkriegen also es fällt schon mal weg ich brauche also diese trommel oder diese trommel im moment ähm was erzähle ich die eine trommel habe ich ja dafür verwendet wo ich muss und die zweite brauche ich hier ach moment 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 logisch denken so ach scheiße ich hätte erstmal gucken sollen welche tür da ist egal ich hoffe das war die richtige so ähm im moment wenn ich durch lauf dann ist werden die schon mal verbunden die trommel dafür schon und die zweite trommel könnte ich auch wird das mit denen verbinden genau ja richtig so den können wir wieder reinsetzen ach so ist ja noch gestrichelt scheiße was jetzt so und genau das jetzt mit den verbinden und das wieder rein setzen perfekt so der bleibt jetzt auch erst mal offen so aber den strom muss ich ja trotz von der batterie hier weiterhin führen da führen der ist nur jetzt unnötig glaube ich muss ich den da rein setzen und die kabel muss ich sowieso wieder alles zurücksetzen abgesehen von den bolzen die würfel ja quasi neu gemischt sind wenn man so will so so eine kabeltrommel liegt ja hier direkt dran hier brauche ich noch eine und auch die nehmen die kabeltrommel hier ach so das prinzip ist ja wieder das gleiche ach so jetzt habe ich noch die kabeltrommel problem wie soll nicht die da nach oben kriegen wo starte ich wieder hier ich glaube das kann nur die einzige lösung sein und ich brauche jetzt eins zwei und drei kabeltrommel hier hier und hier so quasi alle und die kriege ich ja nur raus durch die technik wo ich vorhin gemacht habe das kann ja nur so sein aber bevor ich die tür aufmachen muss ich jetzt mal gucken vorhin war es glücklicherweise irgendwie richtig welche tür ich da überhaupt aufmach also ich könnte einmal hier links raus gehen dann hätte ich hier schon mal eine verbindung und der rechte könnte ich da hin machen für die kabeltrommel und die kabeltrommel ist schon da wo sie ist wo sie sein sollen frage kommt überhaupt noch hin ja leider da ja ja das war es doch schon das war schon ja jetzt müssen wir überlegen und so grad verwirrend ist ich gehe hier raus so nimm die kam also macht die tür auf nimm die kabeltrommel raus gebinde die zwei stücke hier gehe ich dann runter nimm die kabeltrommel mit gehe hier raus kommen wo komme ich da raus die links komme ich raus kann die zwei verbinden dann gehe ich hier unten raus komm hier oben fall unten durch und da kann ich die zwei verbinden und dann war es das und dann geht das hier auf ja 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 erst mal tür auf machen so so numero uno duo achso muss ich erst mal verschieben dass ich darauf durchkomme so der ist mal nach unten so und jetzt wieder alles zurück stecken der war da der war da und du ne quatsch der war da oben der ja wohl ich denke jetzt alles wieder zurück setzen so wo fange ich an wieder bei der trommel oder bin ich jetzt schon fertig jetzt direkt hier anfangen da habe ich doch schon meinen schlüssel das war es das war es dem war es jawohl wie geil wie geil wie geil wie geil wie geil Untertitelung des ZDF, 2020